hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land vielen dank fürs zuschauen und hallo herr neumann hallo ja ich wäre bereit können rüberfahren ja dann los ich nehme einen lkw der du glaubst es nicht du glaubst es nicht der 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 dinge da der diesel wollten neuen führerschein haben ja es sitzt er kam dazu mir habe ich ihn einsteigen lassen alles in ordnung sagt mir gerade polizist ja der hatte vorhin 1,6 promille sitzt er besorgen neben mir und fährt hier mit dem lkw durch die gegend warte mal ich muss noch mal kurz zu denen wo sind die denn hier hallo ja er diesel und herr herr wie heißen sie eigentlich also jäger ja schicken sie den mal zur mpu gut ich muss weiter tschüss so es kann nicht und werden der rückwärts Blinker wird übrigens überbewertet. So, dann kutschieren wir mal da rüber. Ah, der Tatra ist einfach ein cooler LKW. Mit dem kannst du ja auch durchs Gelände fahren. Das macht dem gar nichts aus. Da geht es ja schon rein. Ja, ein bisschen vor kann ich noch. Na, aus. Hallo. 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 Moin. So. Spooky, spooky heute oder was? Was machen wir denn hier? Ja. Alter. Pass auf. Oh, das war knapp. Jürgen. Alter. Moin. Bei wem hast du denn den Führerschein genannt? Nee. Was denn? War ganz schön. Spaß muss sein hier. Das war ganz schön haarig. Ja, entweder kann man es oder man kann es nicht. War ein bisschen beleuchtet mir machen. Ach so, ich kann den LKW auch umdrehen. Ach so, ich habe Würstchen und ein Grill mitgebracht und ein paar Getränke. Okay. Achtung, hinter mir. Alter, was wird das? Einfach in der Mitte des Weges parken. Na klar. Ich habe ein bisschen Licht gemacht. Ey, Neumann, guck mal her. Hol mal einen Grill an. Wo? Auf dem Anhänger. Gebt runter. Danke. Oh, ob wir den heutzumorgen haben. Ey, holt mal den Kasten. Holt mal hier die Kästen an. Hier, lau rein. Ah, gut. Ja, Mensch. Ich mache das nicht. Kommst du mal. Und jetzt die Würstchen. So. Ich habe nichts zu tun. So, schmeiß mal mal einen Grill an, wa? Wo hat es denn die Würstchen her? Ich sage dir eins. Wo denn sonst? Aus dem Fleischer. Nee. Weißt du noch beim Edeka unten im Fleischer? Alter, ich hau dir ja gleich eine. Was denn? Ich lasse hier extra Steak und Würstchen produzieren. Ja, dann sag doch was. Ja, sag du doch was, dass du was brauchst. Ja. 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 Ja, und jetzt? Ja. Oh, Humpelmann, ey. Haut er hier ein paar Tausender raus und hat am Ende nichts davon. Was? Okay, vielleicht ist er satt. Nee. Nee. Der wird nicht satt. Äh, was? Moin, Sön. Moin. 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 Ich habe nicht umsonst so viel mitgebracht. Moin. Ja. Äh, schickes Taxi. Kann man das mieten? Nein. Also, wenn sie... Das ist ein neues Taxi-Unternehmen. Wenn sie gegen den Schlüssel irgendeine Straftat geben bestimmt, dann lässt sich wahrscheinlich drüber nachdenken. Wofür möchten sie den Schlüssel, Herr Weisex? Äh. Haben sie so ein Punktgericht und eine kleine Spritz-Tour drin? Nee. Das ist nicht. Ich war mal einen von ihnen. Nur für Einsatzkräfte. Ist auch mal einer. Das kann ja jeder brauchen. Gemütlich hier. Ja. Nee, fast wirklich. Warum komm ich denn da nicht rein, hinten? Vielleicht sieht man sich mal bald wieder im Dienst. Ich muss den N-Muskel drücken. Ah. Ja, da war ja was. Ganz schön bequem hier. Oh Gott. Oh, oh. Jetzt will ich aber raus, ey. Nee, drei auf einer Bank, das geht ja gar nicht. Ey. Haben Sie so wenig Vertrauen? Vertrauen nicht, aber Angst. Ich kann mal ein kleines Lagerfeuer hier auf dem Tisch machen. Feuer, klar. Anzünden. Ich hab Angst. Machen Sie doch mal Licht an hier. So, was ist denn jetzt hier? Ja, wir wollen durch einen dunklen Labyrinth gehen. Hast du? Hast du? Durch einen dunklen Labyrinth? Hast du? Oder was? Nikolas, wo gehst du lang? Da geht es nicht rein, überhaupt. Ich finde nicht mal den Eingang. Also, wie soll ich denn da den Ausgang finden? Also, ich leuchte den Maul ein hier. Ja. Hier ist er. Oh Gott. Ich fahr ja gleich schon in den Oma. Wer gewinnt was? Kann man was gewinnen? Mal schauen, ne? Ja, wie mal schauen? Vorher will ich es wissen, ob ich mich anstrengen muss. Ein bisschen Licht gemacht, damit man hier mal den Eingang findet. Ich weiß eh, dass ich mich schon für ein Auto ruhig fahre. Ich denke schon, dass man was gewinnt. Und ich glaube, ich fahre ehrlich gesagt, mitten im Feld fahre ich in den Oma. Aber wir machen ohne Taschenlampe. Ja, ja, klar. Ja, aber nein. Ist ja langweilig sonst. Guck mal, da mache ich hier ohne was. Sonst sieht man ja nicht, wie meine Wand reinläuft. Ja. Mach nochmal an. Mach nochmal an kurz. Bitte. Ja. Mach mal Taschenlampe mal aus. Das ist der Ausgang hier. Okay, passt. Danke. Okay, gehen alle zusammen oder einzeln? Klar, einzeln. Einzeln. Ja, klar. Gehen alle zusammen, ja, klar. Also es geht einmal... Ja, lauft einfach, Jungs. Jalla. Wenn man hier links reingeht, dann kommt man irgendwann hier rechts wieder raus. Und wenn man rechts reingeht... Sag doch nicht alles vor. Dann kommt man hier links raus. Das ist ganz zu witzig. Oh, Hilfe. Was sind ganz... Wo ist eigentlich der... Wo ist denn eigentlich der Ausgang? Ja, hier auch wieder. Hä? Du hast ja nicht zugehört. Hä, wie hier? Was ist das denn? Hier kommt man wieder raus. Irgendwie. Irgendwie. Okay, dann lass mal starten hier. Komm. Ja, ohne Taschenlampe. Ja, klar. Was denkst du? Ja, tschö. Ja. Ich geh mal hier lang. Loser, eh loser. Ich finde eh nichts. Das ist toll. Ich laufe wahrscheinlich die ganze Zeit gegen den Busch und Mercksen. Oh Mann, Sackgasse. Die ist falsch. Ich sag dir. Der Volker, der war hier bestimmt schon mal drin. Der kennt sich aus. Die Büsche schmecken nicht so gut. Hilfe. Hilfe. Was ist denn hier der Durchgang, Alter? Hilfe. Da kommen mir schon ein paar entgegen. Also die müssen auch richtig gelaufen sein. Ah. Ah, das ist scheiße. Alter, schreck ich euch. Äh. Geh weg. Boom. Busch. Erster. Nein. Ah, du erster. Oh, nee. Hä? Bist du nicht wieder beim Eingang rausgegangen? Nein, ich bin einmal links rum. Hä? Also ich bin links rein und kam rechts raus. Äh, hier ist doch der Eingang. Hä? Nein, ich bin zweiter, du Affe. Erbrenter, mein ich. Ey, was trennst du so schnell, Junge? Aha. Erster, erster. Zweiter, zweiter. Also ich bin für Würstchen. Ah. Die haben sich mit Sicherheit, haben die das Ding überflogen mit einer Drohne, Alter. Ich war mal oben auf dem Windrad, hab's mir angeguckt. Was warst du? Auf dem Windrad, war dir das noch nie? Äh. Aber bis du oben bist, hast du ein Tribune. Okay, weißt du, was du gewonnen hast? Jetzt kommt's. Entschuldigung, Klo. Du darfst morgen hier die Schweinerei aufräumen. Haha. Gut, das ist ja der Schafot. Hab's auch geschafft. Hallo. Na, ich bin. Ja. Täter, ne, täter. Ich hab mal Auftrag fürs L.U. Ja. Hey, ich hab ne gute Idee. Ich hab, glaub ich, noch ein Luftschlangen und so im Unimog. Nein, das war natürlich... Ey, was hab ich denn jetzt gewonnen? Gar nix. Feuchten Händedruck, hier. Einen feuchten Kuss. Da hast du ja. Feuchten Kuss oder einen feuchten Kuss? Ja, Moment. Nee, weil Raysex als letzter war. Jetzt hast du aber um Neumann auf den Nacken gerotzt. Egal, Psch. Sag mal. Hä? Der war's. Ja, ja. Raysex macht morgen hier die Schweinerei wieder sauber. Äh, ich muss mal weg. Ciao. Ja, du musst trotzdem morgen machen. Ich komm weg. Lass die Würstchen da. Hab keine Zeit. Und den Grill. Ja. Oh, ja. Ist der... Mir wird schwindelig. Äh. Der hat zu viel gesoffen. Der hat ja noch Restalkohol von dem her. Hallo. Der verträgt nix. Äh, ich glaube, wir brauchen einen Rettungswagen. Wir haben einen Rettungswagen. Haben wir gar nicht, Alter. Ah, dann schmeißt den hinten auf die Brille und bringt den in den Wagen. Aber nicht in die 14. Ich hab ne bessere Idee. Moment mal, Volker, du hast doch den Holzhacker, oder? Oh, ha, 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 ha. Nee, Spaß. Gleichen fand ich dumm. Äh, wer ist das denn? Das war aber nicht von dem... Ey, ey, Leute, jetzt helft mal, der ist umgekippt. Okay, warte, ich... Ich kenn mich da aus. Wir bringen ihn einfach in die Ausdichtungszelle. Moment. Okay, ja, ja. Das ist ne gute Idee. Wollen wir da ein Auto ran? Gib dem mal ne Kombo hier. Wir tragen ihn dann da rein. Puh. Warte, warte, wir tragen ihn dann jetzt gleich ins Auto rein. Bleib hier, Leon. Ja. Was denkst du, was ich grad mach? Bestimmt nicht... Blaulicht an und Sirene an. Ja! Ja, da, 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 da. Geht sich von dem Auto vorweg. Hier ist ein medizinischer Notfall. Behinderten nicht die Rettungsgruppe. Oh, 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 oh. Was ist mit dem kaputt, ey? Oh, 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 oh Ihre Heckklappe ist leicht offen. Ja, jetzt ist zu. So, jetzt ist dein... Den Rest krieg ich alleine hin. Neu mehr. Ruhe. Er ist auf dem Lenkrad eingepennt. Blödsassen. Ah, ey. Neu mal ne Kerze? Ne. So, Leute, ich bin müde. Ich wünsche euch... Ja, dann geh doch schlafen, Mensch. Ja. Ey, leg dich ruhig hinten in den Unimog rein. Da ist noch was von den Kisten. Kannst du dich reinlegen hinten. Ich dachte von deinem Kopf. Ne. Kannst du ja sagen. Ja, Digga, hier sind doch jetzt eh nicht so viele. Was ist los? Ach nix. Abwart. Jo. Ja, ich bin auch mal weg. Tschüss. 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 Nami. Neumil? Ja? Oh, ich fahr grad. Ah ja, doch, Stopp, schild passt. Äh. Alter, was ist da für ein Bauge? Puh. Alter, der Raisings, der hat einen Knall. Ähm. Du wolltest mir noch einen Kostenvoranschlag für den Dinger da geben. Ja, hab ich noch nicht vorher geschafft. Eieiei. Werde ich aber die Tage mal machen. Okay. Äh. Gut, dann das war's. Jo. Danke. Also, also, äh. In 8 Meter. Jupp, cool, die blau. Jo. Dann hab ich das noch richtig hingerechnet. Gut. Dann geh. Tschö. Tschö. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Also,, 1-2-3-5-7.